In Düsseldorf begrüße ich Oliver Huth, den stellvertretenden Landesvorsitzenden Bund Deutscher Kriminalbeamter Nordrhein-Westfalen. Guten Tag nach Düsseldorf. Schönen guten Tag. Herr Huth, es ging um Beweissicherung, nicht um Festnahmen. Trotzdem wird es nicht ohne Gefahrenanalyse seitens der Polizei abgegangen sein, denn Terroristen haben auch Waffen. Das ist richtig. Es ist so, dass dieser Einsatz intensiv vorbereitet worden ist. Sie haben es in Ihrem Bericht zutreffend geschildert. Wir waren in mehreren Bundesländern aktiv im Zusammenspiel zwischen den Bundesbehörden und den Landesbehörden, auch mit Spezialgriffen der Bereitschaftspolizeien vor Ort. Und da galt es natürlich, Vorsicht warten zu lassen, an den Tag zu legen, weil wir nie damit rechnen oder immer damit rechnen müssen, dass Strafverfolgungsbehörden angegriffen werden können von diesen Personen und diese Personen in der Vergangenheit bewiesen haben, dass sie die freiheitlich-demokratische Grundordnung nicht achten. Und da gilt es natürlich auch, dass sie diesen Impetus auch den Strafverfolgungsbehörden gegenüber signalisieren und sich auch so verhalten. Für den Betrachter außerhalb der Polizei ist bemerkenswert, dass die Aktionen über neun Bundesländer und Berlin gingen. Also die Koordination unter den Bundesländern hat auch funktioniert. Ja, das war natürlich ein logistischer Kraftakt. Das muss man schon sagen. Die Arbeit der Sicherheitsbehörden muss hier ein Lob bekommen. Die Kolleginnen und Kollegen haben ja wirklich aktiv, wahrscheinlich Tag und Nacht gearbeitet, um diesen Einsatz so präzise vorzubereiten. Das zeigt, dass Bund und Länder gut zusammenarbeiten, Informationen austauschen. Und wir sind da auf einem guten Weg. Haben Sie Informationen darüber, ob es zu Gegenwehrmaßnahmen von Terroristen gegen den Polizeieinsatz gegeben hat? Nein, dazu liegen mir persönlich keine Erkenntnisse vor. Wenn wir solche Einsätze vorbereiten, ist es ja genau das Ziel, das zu verhindern. Das dient nämlich nicht nur dem Schutz der eingesetzten Kräfte, sondern auch dem Schutz der Leute, die wir dort antreffen wollen. Und deswegen bereiten wir solche Einsätze so gut vor, dass es mit einer Gegenwehr grundsätzlich nicht zu rechnen ist, weil das Überraschungsmoment hier obwiegt. Die Terroristenvereinigung ist verboten worden. Natürlich weiß die Polizei, dass Mitglieder dann in die Illegalität abrutschen und schwerer zu ermitteln und zu kontrollieren sind. Ja, es ist so, dass so ein Vereinsverbot natürlich auch immer entsprechende nachteilige Folgen haben kann. Das bedeutet, dass die Personen, die sich diesem Verein zu ruhig gefühlt haben, hier vielleicht auch Führungsrollen inne gehabt haben, nunmehr versuchen werden, ihre Aktivitäten in anderen Vereinen, in anderen Zusammenkünften, die weiter auszuleben. Das gilt es weiterhin zu beobachten und hier nicht nachzulassen. Dafür brauchen wir mehr Personal. Da haben aber auch Bund und Länder entsprechend nachgelegt und hier mehr Personal eingestellt. Aber das ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Da ist noch Luft nach oben. Wenn die Sicherheitsbehörden erfolgreich sein wollen, brauchen wir entsprechende Ressourcen. Aber das ist, glaube ich, in der Politik angekommen. Muss sich auch die Ausbildung der Beamten verändern? Gibt es neue Felder, die man eben früher nicht benötigt hat? Ja, selbstverständlich. Die Ermittlungen in diesem Milieu erfordert natürlich deutschlandweit gut ausgebildete Kriminalbeamtinnen und Kriminalbeamte. Das ist leider nicht so. Den Beruf des Kriminalbeamten können Sie deutschlandweit nur in wenigen Bundesländern von der Pike auf erlernen und studieren. Auch in Nordrhein-Westfalen ist das nicht so. Da gilt es dringend nachzuarbeiten. Die Welt ist komplex geworden. Die Anforderungen an die Beweissituation sind komplex geworden. Die IT-Technologisierung der Beweisfelder ist komplex geworden. Da müssen die Länder sich tatsächlich überlegen, ob das, was sie da tun, wirklich noch zeitgemäß ist oder nicht. Wir glauben, dass es das nicht ist. Denn die Terroristen sind auch sehr mobil. Wir haben es gehört, das sind zwei Wohnungen, die eigentlich erwarteten, gar nicht angetroffen worden sind. Das erhöht auch die Notwendigkeit zu observieren und das über die Bundesgrenze hinweg wahrscheinlich. Wir brauchen gerade im operativen Bereich mehr Ressourcen. Das haben die Politiker auch erkannt und hier nachgebessert. Aber auch hier müssen wir deutlich sagen, dass die Konzepte noch nicht ausreichend sind. Wir brauchen und müssen uns überlegen, wir brauchen eigentlich eine offene Diskussion darüber, wie schlagkräftig Strafverfolgungsbehörden sein sollen und ob der Maßnahmenkatalog, den wir derzeit zur Verfügung haben, reicht. Auch in Abwehrung der anderen Rechtsgüter, sei es der Datenschutz, sei es das Recht auf seine personenbezogenen Daten, wenn Strafverfolgungsbehörden wirklich effektiv sein wollen, so wie es in anderen europäischen Ländern derzeit ist und soweit sind wir da nicht, muss eine offene Diskussion erlaubt sein, ob das, was wir hier wirklich haben, derzeit auch ausreicht. Und das Bewusstsein dafür ist in der Öffentlichkeit, glaube ich, angekommen. Oliver Huth, herzlichen Dank nach Düsseldorf.